Schauen wir uns die Zahlen der Eveline Landthaler an. Es war heute dein 51. Weltcup-Sieg, um das jetzt zu protokollieren. Du warst gestern der schnellste Rodler überhaupt, auch schneller als die Herren. Du hast deinen Europameistertitel verteidigt, du hast jetzt achtmal den Gesamtweltcup gewonnen, siebenmal hintereinander. Welche Ziele hast du noch? Ja, also unter Motivation scheitert es nicht. Ich muss sagen, ich war heuer wieder voll motiviert und ja, ich glaube einfach, ich liebe den Sport, ich bin wirklich gerne dabei und unterwegs, ich trainiere gerne, ich fahre gerne. Es läuft noch dazu, muss ich sagen, logisch ist, wenn es läuft, nachher nochmals Skien zu fahren und ja, ich schaue einfach allem positiv zu sein und ich glaube, nachher gehen die Ziele eigentlich nicht so schnell aus. Ich baue ja. Ich baue ja. Ich baue ja.